Hi Leute, hier ist euer Michel. Ich begrüße euch zurück bei unserem LÖP 3. Folge. Weiter geht's mit der Karriere. Letztes Mal gab es ja die ersten Schritte hier in der LÖP Experience. Die frühen Jahre, die frühen Zeiten haben wir erlebt mit dem ersten kleinen Dokumentarfilmchen. Das war auf jeden Fall sehr sehenswert. Gerne nochmal reinschalten, wer es noch nicht gesehen hat. Und da werden hoffentlich noch viele weitere Folgen hier in den ganzen Bereichen, die wir uns noch anschauen werden demnächst. Also wir wechseln das jetzt immer ab. LÖP Experience und Karriere ist dann auch immer im Thumbnail zu erkennen. Da habe ich das immer unten in diesem kleinen Balken, ist da so eine kleine Schrift. Und da steht dann entweder immer Karriere oder LÖP Experience. Und jetzt ist es in der Regel halt so, dass in den geraden Folgen wir in der LÖP Experience unterwegs sind, in den ungeraden Folgen eben im Karrieremodus. Würde ich sagen, so handhaben wir das erstmal. Das ist ein ganz guter Mix. Wen das einer nicht interessiert, der guckt einfach nur die ungeraden Folgen. Wer alles sehen möchte, der guckt einfach alle Folgen. Ich denke mal, das fließt auch gut ineinander über, weil man eben auch die Autos dann bekommt, die man an der Karriere nutzen kann. Ich glaube, das ist echt ein guter Mix einfach. Und ja. So, dann wurde ich gefragt natürlich auch nochmal nach meiner Einstellung. Ich habe jetzt auch für mich die ideale Einstellung gefunden. Tatsächlich mit dem Lenkrad ein bisschen so optimal ist das hier bei SLRE, dass tatsächlich der optische Lenkwinkel nicht dem Tatsächlichen angepasst wird. Das hoffe ich mal, dass das vielleicht noch geändert wird. So sieht es jetzt bei mir aus. FFB ist auf 70. Ich habe jetzt meinen Lenkwinkel fest eingestellt auf 720, sowohl hier als auch im Thrustmaster Treiber. So, und das ist ein guter Mix aus Präzision und Reaktion. Du hast natürlich mit 900 Grad ein bisschen mehr Präzision. Du hast vor allem auch die optisch richtigen Lenkwinkel bei den Autos, wenn du es auch auf Automatik dann stellst hier. Das kann man auch machen, aber da muss man ganz schön viel rudern, sag ich mal. Und ich habe es lieber gerade auf den Engel tappen, dass ich halt ein bisschen schneller mit dem Lenkrad so das Auto zur Reaktion bringe. Gerade auch mit dem Gegenlenken. Also ich finde es so sehr angenehm, muss ich sagen. Danke auch an den Dennis, war das glaube ich, der mir den Tipp gegeben hat. Habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Das war wirklich die beste Option für mich auch. Und der spielt auf der Xbox One, genau. Ja gut, haben wir heute um den heißen Brei geredet. Weiter geht's. Und natürlich auch noch allen einen schönen Karneval heute. Ich glaube, heute sind ja so die großen Feierlichkeiten. Ich bin jetzt in meinem dritten Jahr als Kölner. Oder gehe jetzt ins dritte Jahr als Kölner. Und ja, ich bin immer... In mir steckt noch so ein bisschen der Norddeutsche, der sich von diesem Karnevals... Der diesen Karneval noch so ein bisschen von außen betrachtet, sag ich mal. Ich bin auch noch nicht ganz reingewachsen in diese Karnevals. Und ich glaube, das werde ich auch nie. Ich werde, glaube ich, mir diese Norddeutsche Seli, die das nicht so richtig versteht, die werde ich mir, glaube ich, auch immer erhalten. Ich weiß es nicht. Ich bin also nicht integriert, so gesehen. So, wir sind im Elsass. Warte mal, im Elsass waren wir nämlich neulich erst. Ich gucke mal, ich suche mir mal was Schöneres aus. Also nicht was Schöneres, aber was anderes. So, Schweden. Komm, gehen wir mal ins ewige Eis. Nach Schweden. Wir können auch wirklich nur den auswählen, ne? Genau, wir haben ja schon ein anderes Auto. Das ist allerdings dann für die nächste Klasse schon. Ich lasse auch die KI erstmal auf Mittel, bis ich alle Stages kennengelernt habe. Oder zumindest in alle Länder. Die sind aber nicht so kurvig aus, ne? Radar. Auch nur vier Kilometer. Ja, ich bin da so der Beobachter, so was den Karneval angeht. Ich finde das auch interessant, dass hier in Köln tatsächlich viele Firmen auch die Arbeit niederlegen und einfach Karneval machen. Das ist unfassbar. So. Ich habe jetzt die 720 Grad mit dem Peugeot auch schon getestet. Ich fahre dann auch erstmal aus der Dash-Ansicht weiter. Und, ähm... Witzigerweise... Droppt tatsächlich die Framerate in der Dash-Ansicht ein bisschen. Ich habe nämlich von dem Xbox-One-Spieler gehört, dass es auf der Xbox-One laggy sein soll in der Dash-Ansicht. Und die anderen Perspektiven sind okay. Aber hier in der Dash-Ansicht, da gehen die Frames runter. Und tatsächlich... Ich habe es mal hier mit dem PC auch getestet. Die Dash-Ansicht, die Frist anscheinend, warum auch immer, ein bisschen mehr Leistung als die anderen Perspektiven. Schönes Schneegeräusch hier so ein bisschen. Ja, da können wir natürlich auch direkt mal optisch den Vergleich ziehen. Ja, Dirt Rallye hat ja auch die Rallye Schweden drin. Gab es hier gestern bei mir auch den Trailer zu den neuen Inhalten, die da mit der Konsolenversion kommen. Auch wieder schöne Sachen dabei auf jeden Fall. Viele Inhalte auch, die wir hier bei Dirt Rallye schon haben. Ich sage einfach nur mal Renault R5, Gruppe B, den Peugeot 208, T16 Pikes Peak, den es ja hier auch gibt. Den wird es dann bei Dirt Rallye auch im April geben, sowohl auf der PC-Version als auch bei den Konsolen-Releases. Alpine Renault, auch hier schon drin. Oh, ganz schön rutschig hier knifflig. Hier fährt sich sehr angenehm gerade. Also, ich bin da jetzt voll zufrieden. Und dann noch so ein paar S1600 Rallye Cross-Autos, so Opel Corsa und so ein Kram. Ja, Dirt Rallye dann wieder nächste Woche, würde ich sagen. Da geht es dann auch weiter mit der Karriere. Und was ganz interessant ist, sie legen dann der Retail-Version von den Konsolen-Versionen, von der PS4- und Xbox-Version, da wird eine Blu-Ray beigelegt sein. Und zwar mit einem Film, der die Colin McRae-Historie ja einmal behandelt, inklusive auch der Verbindung zu den Codemasters-Rallye-Spielen. Das ist ja schon so ein bisschen eine Antwort, ne? Auf diese Dokumentationsgeschichte mit dem Löb hier. Fand ich ganz interessant eigentlich. Ich bin mal gespannt, ob wir auf dem PC diese Dokumentation auch in irgendeiner Form dann vielleicht als digitales Goodie bei Steam oder so beigelegt bekommen. Und das wäre bei Steam auch durchaus üblich, dass da mal Soundtracks und sowas dabei sind. Ja, also jetzt sind wir doch ganz schön schnell gerade im Vergleich zur Konkurrenz. Vielleicht könnten wir da doch... Boah, ist das ein heftiger Sprung. Das ist nicht so wie bei WC5, wo du dir gleich das komplette Auto zerlederst, wenn du mal etwas unsanfter aufkommst. Generell haben wir hier auch gar keine Schadensanzeige, ne? Schärfer 4 kommt nochmal vorm Ziel. Sollen wir mal kurz aufpassen. Ich fühle sich ganz angenehm eigentlich gerade die Etappe hier. Ja, generell jetzt nach fast einer Woche seit Release habe ich natürlich auch ein bisschen die Stimmung aufgegriffen und aufgeschnappt, was dieses Spiel hier angeht oder diese Rallye-Simulation, whatever. Und ich sage mal so, das Echo ist doch extrem positiv. Das muss man schon mal so sagen. Ach so, gucke mal, wo habe ich jetzt eigentlich meine Replays? Ähm, auf welche Taste muss ich denn da... Hm. Ah ja, das ist sie, glaube ich. Ne, warte mal, das war jetzt neu starten, oder? Habe ich jetzt gerade ernsthaft, allen Ernstes, die Etappe neu... Hat er trotzdem den Fortschritt gespeichert. Also das wäre jetzt ja richtig doof. Das ist doch blöd, dass er nicht nochmal nachfragt, ne? Ja, jetzt habe ich natürlich die Tastatur noch da drüben liegen. Ähm, die hole ich mir, glaube ich, gleich mal kurz. Ich hoffe, dass er uns jetzt hier das Event angerechnet hat. Das wäre super bitter. Ansonsten lasse ich das jetzt aus. Dann mache ich das nochmal offscreen. Ach, tatsächlich, ne? Der hat wirklich... Der hat mir jetzt diese Goldmedaille nicht angerechnet. Das ist ja wirklich eine Schweinerei. Ja, gut. Ja, tatsächlich nicht. Ja, egal. Ich fahre das Ding nochmal auf Gold und lasse es aber außen vor jetzt. Wir haben es ja gesehen, jetzt die Etappe. Deswegen würde ich euch da jetzt nicht nochmal mit der gleichen Etappe quälen. Ne, also das Echo ist extrem positiv. Ah, Elimination-Rennen. Bei Ausscheidung herausforderungen steht ein einziges Ziel darin, den letzten Platz zu vermeiden. Jedes Mal, wenn die Zeit abgelaufen ist, scheidet der letztplatzierte Fahrer aus dem Rennen aus. Das Rennen endet, wenn nur noch ein Fahrer auf der Strecke verbleibt. Wupp. So, der Käpt'n hat das Schiff mal kurz verlassen, um die Tastatur zu holen. Während der gerade uns das Elimination-Rennen erklärt hat. Was wir, glaube ich, als Racing-Fans schon eigentlich kennen. War, glaube ich, jetzt für die wenigsten was Neues. Aber, okay. Fahren wir es mal. Ich würde bei Radicross tatsächlich jetzt nochmal die Schwierigkeit auf Mittel lassen. Weil die haben uns ja ganz ordentlich zerpflückt schon neulich. In Los Angeles, in der ersten Folge. Ja, Low-Hawk ist tatsächlich auch, oder Low-Hawk, Low-Hawk, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, egal. Low-Hawk, sag ich jetzt einfach mal, ist auch eine echte Radicross-Strecke. Eine echte Location. So wie hier ja eigentlich fast alles. Ich meine, Los Angeles, der Streckenverlauf, ist natürlich ein bisschen angepasst. Ne, genau, wir waren beim positiven Echo zu Sebastian de Bralillo. Ja, witzigerweise ist es wieder so, dass die meisten Spiele-Magazine auch, finde ich zumindest, das Potenzial von Sebastian de Bralillo so ein bisschen verkannt haben. Es ist wieder so ein bisschen typisch. Viele haben da an der Oberfläche gekratzt und ein bisschen mehr Wert auf Optik und so einen ganzen Kram gelegt. Weißt du was? Wir machen die Kiste jetzt mal ein bisschen härter. Das hat mich nämlich schon die ganze Zeit gestört, dass die so weich sind. Aber gut, andererseits kennen wir die Strecke noch nicht. Lass ich es erstmal so. Erstmal die Erfahrungswerte sammeln, dann können wir Setup-Anpassungen treffen. Ja, auch die PC Games, der Test, auf den ich schon hingewiesen wurde, hat da wieder einen ganz schönen Verriss fabriziert. Wo echt viele Punkte waren, wo ich sagen muss, so als... Naja, die bin ich tatsächlich schon mal gefahren auf der Gamescom. Da war im August letztes Jahr Sebastian de Bralillo noch im ganz anderen Stadion, muss man sagen. Und ich glaube, dass wirklich tatsächlich auch unser lieber Sebastian Loeb diesem Titel hier extrem gut getan hat. Wir kennen ja die Titel von Milestone bisher. Und wenn man das wirklich nochmal gegenüberstellt, was Milestone bisher gemacht hat, vor allem im Renni-Bereich mit den WRC-Games, und was jetzt hierbei rausgekommen ist, das kann man, glaube ich, schon zu einem ziemlich großen Teil auch Loeb anrechnen. Und gerade auch, was die Fahrzeugphysik angeht, wie die Autos reagieren. Das ist ziemlich glaubwürdig in den meisten Situationen. Auch der Wechsel vom Untergrund und so. Wir sind hier schon gut unterwegs gerade wieder, ne? Die Force-Heat-Back-Effekte sind nicht ganz so filigran, nicht ganz so feinfühlig wie bei dem Dirt Rally. Das Gefühl für die Autos selber ist halt mit ein bisschen Steering-Lag leider versehen. Das ist auch das Problem, glaube ich, dieser alten Engine, die man ja schon dadurch erkennt, dass dieser Launcher immer noch so ist wie früher, ne? Aber gut, auf der Strecke hier ist extrem viel zu Vollspeed, und ohne viel können jetzt mit diesen langsamen Autos zumindest noch jetzt nachher mit den schnelleren Autos ändern. Das ist auch schon einer der Kritikpunkte, wo ich sagen muss, oh, fast umgekippt. Diese Engine merkst du halt. Diesen teilweise Input-Lag, den merkst du halt wahrscheinlich auf den Konsolen noch schlimmer als auf dem PC mit dem Lenkrad zumindest. Das war schon immer ein Problem hier. Dann haben viele Probleme halt mit der Framerate. Da bin ich jetzt zum Glück von größeren Problemen verschont. Ich habe auch keine Abstürze oder sowas. Also insoweit ist der Programmcode schon recht stabil. Wir müssen mal schauen, wie der Multiplayer läuft. Kritikpunkt auch natürlich das Rallycross-Thema, was nur ein bisschen halbherzig jetzt umgesetzt wurde, weil es eben keine spezifischen Rallycross-Fahrzeuge gibt. Klar kannst du auch, und klar wird auch mit Rallyfahrzeugen leicht modifiziert Rallycross gefahren, das ist alles gar kein Problem. Aber trotzdem fehlt noch so das, die spezielle... Nein, es gibt da wirklich um. Das muss nicht wahr sein, hallo. Fehlt noch so diese spezielle... Wir schaffen es sogar ohne. Ohne zurücksetzen. Da fehlen einfach Rallycross-Fahrzeuge, spezifische, spezifische Klassen. Guck mal, 20.900 haben wir. Ne, ne, ich habe mich schon wieder verlesen. Erhalten haben wir. Credits 20.000, das ist aber ganz schön viel, ne? Das ist nicht schlecht. Ansehen kriegen wir auch mal wieder dazu für den ersten Platz hier. Sehr gut. Dieses Mal breche ich das Event dann nicht ab. Können wir mal hier gucken, schnell. Wer ist überhaupt mitgefahren? Ich habe die Gegner gar nicht gesehen. Ja, wir schalten mal höher, die Schwierigkeit. Macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir haben jetzt alle Läufe so easy gewonnen. Ja, Fiesta sehe ich da, R2. Auch das ist natürlich per se hier kein Rallycross-Spec-Fahrzeug. So ein Fiesta R2, der ist einfach auf Rally gebaut. Aber gut, meine Güte, man kann halt Rallycross mit den Autos fahren. Ist vielleicht noch ein bisschen besser und abwechslungsreicher, als wenn es jetzt gar nicht drin gewesen wäre, und man wirklich nur Rally gehabt hätte und Pikes Peak. Da finde ich es doch schon ganz okay, meine Güte. Dann kannst du dann ab und zu mal ein Rallycross-Ding fahren. Vor allem dann auch mit allen Autos. Das ist auch ganz nett. Bei Dirt Rally zum Beispiel hast du ja nicht diese Freiheit zu sagen, ich möchte mir jetzt mal den Audi Quattro Gruppe B schnappen oder ich möchte mir jetzt mal auch einen WRC-Polo schnappen und mit dem mal Rallycross-Track einfach mal versuchen. Aus reiner Jux und Dollerei. Ist ja egal, ne? Das kannst du halt dann nicht machen. Deswegen finde ich dieses Prinzip All Tracks, All Cars schon ganz cool. Die Frage ist dann, ob man dann tatsächlich auch mit den Pikes Peak spezifischen Autos überall fahren kann. Das müssen wir dann nochmal rausfinden. Oder ob man jetzt auch mit dem Peugeot hier auf Pikes Peak rumfahren kann. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Das scheint ja doch ein abgekoppelter Bereich zu sein, aber müssen wir einfach mal schauen. Viele wissen es von euch wahrscheinlich auch schon. Da könnt ihr mir die Kommentare schreiben. Ne, also ich muss sagen, Sebastian Iberle Evo hinterlässt bei mir auch einen sehr, sehr ordentlichen und positiven Eindruck. Natürlich ist es technisch nicht mehr das Allerneueste. Das könnte ein Spiel von 2012, 2011 sein. Sieht halt nach der alten Konsolengeneration sozusagen so ein bisschen aus. Aber ja, die inneren Werte zählen, ja. Und diese Lübe Experience, diese Karriere, dass das untereinander übergreift und so, das ist echt so, dass es motiviert, so dass es Spaß macht. Und ich bin mal gespannt, was wir dann alles noch mit dem Livery Editor von unserem Fahrzeug anstellen können, was wir da so machen können. Vieles ist es, glaube ich, nicht, aber... Na gut, machen wir nochmal weiter. So, wir steigen weiter in der Gesamtliste der Rallye-Fahrer weltweit auf hier. World Standings. Ja gut, bei Debüt... Ah ja, da ist... Okay, die Klasse zählt auch noch mit rein. Da haben wir noch die 70er Rallye-Cars. Alles klar. Ja, wir könnten ja auch mal schauen, dass wir... Ja gut, Schweden haben wir gerade gesehen. Australien ist, glaube ich, ziemlich geil. Berlinge ist auch eine relativ kurze Etappe, glaube ich. Mexiko haben wir auch. Da müssen wir mal schauen, ob sich Mexiko und Australien vom Fahrgefühl her schön abgrenzen. Da ist nochmal Low Hawk. Okay, gehen wir mal nach Down Under, nach Australien. Fünf Kilometer, die fahren wir nochmal schnell hier. Die sind ja schnell abgespult. Ja, Karneval. 21% der Deutschen feiern Karneval, habe ich gesehen. Die Hochburg ist natürlich genau hier. Werde ich heute sicherlich auf meinem Arbeitsweg wieder was mitbekommen. Weil ich sicherlich auch wieder Bereiche gesperrt. Innenstadt ist ja sowieso immer... Da muss man dann ja so ein paar Umwege fahren, um da durchzukommen. Ja, dann siehst du dann immer die Leute, die ihren Bollerwagen dann direkt auf der Straße, wo die Autos fahren, sind die dann ihren Bollerwagen mit Fahrrad und so. Denken sie, sie sind Autos. Das ist natürlich der Mega-Hit. Also da ist wirklich auch Vorsicht angesagt. Nicht zu vergessen, Leute, die dann denken, jetzt ist Karneval, da fährt sowieso kein Auto mehr. Ich gehe einfach auf die Straße. Ne, also ich finde das schon... Ich finde das eine ganz große Besonderheit und ziemlich witzig. Aber wie gesagt, selber gucke ich mir das dann einfach kurz an im Vorbeifahren und bin dann... Tauche dann ab in mein Viertel am Rande der Stadt, wo nicht so viel ist. Die macht aber Laune hier, meine Güte. Ja, da kam leider so ein bisschen der Abhang durch zu. Ich habe ja vergessen, die Schwierigkeit umzuändern. Schauen wir es bestimmt auch so. Wir können ja gleich mal tatsächlich schon mal in die etwas höhere Klasse rein. Schon haben wir ja auch unseren Saxo gewonnen. Es gibt ja auch diesen lustigen Spruch, der natürlich nicht gefehlt hat in den Kommentaren. Den habe ich letzte Woche auch in irgendeiner Touristenfahrergruppe gesehen bei Facebook. Warum juckt mein Saxo? Also, verstehst du? Citroër Saxo? Ja. Ich glaube, die meisten haben es verstanden. Oh, das wird aber eng hier am Baum. Da fühle ich mich so ein bisschen zurückgeändert an Colin McRae Dirt 1. Da hatten wir auch Australien. Das war auch mal ein ziemliches Ding da. Ich finde, der fühlt sich so schnell an mit seinen 120 km. Hier. Wie ist denn das erst, wenn wir hier mit einem schnelleren Relic-Car lang fahren? Das ist... Ah, hua. Jetzt geht es nach rechts. Achtung. Ja, das ist eben, ne? Dieses, was ich am Anfang angesprochen habe. Eine Reaktion und Präzision. Diese Mischung, die du genau treffen musst. Und in manchen Engkurven würde ich mir sogar wünschen, dass das Auto noch schneller reagiert. Und ich noch weniger lenken muss, um es dann in die andere Richtung zu schmeißen. Aber der Stabilität auf den Graden, das, was wir jetzt... Uh, da dreht er sich weg. Das, was wir noch... Oh, schnell, 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 schnell. Falsch, 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 falsch. Oh, weißt du was? Da muss ich mal ganz kurz... Oh, hä? Mal ganz kurz hier zur Rückblende greifen. Das hätte jetzt noch zu lange gedauert, glaube ich. Dann hätten wir die Stage wieder von vorne anfangen können. Ja, das ist schon, glaube ich, zu... Ja, gut, wenigstens... Ja, scheiße. So, dann gleich mal hier den Rückwärtsgang rein. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Boah, gib doch den Gang ein. Ja, das wird jetzt aber ganz schön eng. Ja, da sind wir zu weit innen gefahren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was macht der da schon wieder? Ja, sind jetzt, wie gesagt, alles auch ganz neue Etappen für mich? Unser kleiner... Ja, wir sind noch vorn. Wir sind noch vorn. Unser kleiner Frontriebler, der macht da manchmal doch so ein paar Zicken auf jeden Fall. Da hilft dann einfach nur noch, wenn man dann merkt, dass es quer geht, einfach schnell gegenlenken und Gas geben vor allem, Gas geben, um einfach dieses Auto wieder gerade durch die Kurve zu ziehen. Das Prinzip, das wir ja auch schon von der Rundstrecke natürlich kennen, aus diversen Runden in Race Room mit dem Audi TT Cup, mit den WTCC-Autos, die ja auch relativ viel PS auf die Vorderachse legen und dementsprechend die man da so ein bisschen dann einfach nach gerade rausziehen muss, ja, mit dem Frontantrieb. So, das hat auf jeden Fall, denke ich, mal gereicht und dann schauen wir einfach mal. Ja, gibt wieder gut Credits, ey. Guck mal hier. Er kriegt mal jetzt richtig Geld, ne? Auf einmal, also... Ich habe auch schon gelesen, dass man so ein bisschen auch Glitches usen, also so kleine Bugs usen kann, um mehr Geld zu bekommen, weil Sebastian Rallye wo anscheinend immer das, immer alles belohnt, was bei den Reglern ganz rechts ist. Witzigerweise sogar ein paar Hilfen, die du ausschalten kannst, wenn du sie auf den rechten Regler hast, kriegst du dafür mehr Credits. Also ganz bin ich durch das Creditsystem auch noch nicht durchgestiegen hier. Wann du wie viel Geld bekommst für deine Etappe. Diese Ready-Sticker sind ja auch so ein bisschen hässlich, ne? Australia. So ein komischer Schnörkel- Schrägschrift. Aber ein bisschen Variationen muss da anscheinend sein. Ja, da finde ich auch, die Cockpits sind teilweise ein bisschen lieblos gestaltet. So viel Arbeit und Liebe sie in die Etappen gesteckt haben, so wenig ist teilweise, finde ich, in die Autos geflossen. Also die Automodelle zum Teil, die sind noch okay. Bei vielen ist tatsächlich auch die Proportion immer noch ein Thema bei Milestone, dass sie das mit der Proportion einfach nicht richtig gebacken bekommen, warum auch immer. Wenn man sich einige Modelle anschaut, auch den Escort oder so oder eben den R5-Fiesta, dann sind da doch so ein paar Sachen am Heck und so, die einem auffallen, die einfach nicht den Originalautos entsprechen. Wo ich als Hersteller auch ehrlich gesagt Milestone anschreiben würde und sagen würde, sag mal, könnt ihr unser Auto nicht adäquat hier reinbringen? Ich schicke euch nochmal unser 3D-Modell. Und auch die Cockpits tatsächlich sind ein Schwachpunkt, finde ich, weil du die ganzen, ja, die ganzen digitalen Anzeigen in den Autos, in den Cockpits, die Tachos sehen manchmal ein bisschen unglücklich aus, finde ich und nicht besonders detailliert. Da siehst du halt wirklich nur so weiß auf schwarz irgendwie die Ganganzahl, wo im echten Auto tatsächlich viel mehr zu sehen ist oder das auch farblich ein bisschen anders ist und so. Naja. Also sie haben in den Cockpits auch immer nur das Nötigste gemacht, so hat man das Gefühl. Aber ja. So, weiter geht's. Ich denke mal, viele werden damit Freude haben, um auch vielleicht jetzt die Zeit bis April, ist ja noch ein bisschen hin, die Zeit bis April zu überbrücken, schon mal ein bisschen was zu haben für die Rallye und das ist ja auch vollkommen okay. Und dafür taugt Sebastien Lug Rallye Evo mindestens, finde ich. So, jetzt haben wir hier schon ein paar Goldmedaillen eingesackt. Ja, Schweden, wie gesagt, muss ich nochmal offscreen fahren. Lohok haben wir ja schon gesehen. Mexiko würde ich mir noch gerne anschauen, aber wir schauen mal rein in die Class 2 WD Pro mit dem Saxo, den wir ja schon bekommen haben von Löw. Da sehen wir nochmal die Einführung. Diese Rennklasse besteht aus den führenden Fahrzeugen mit Zweiradantrieb. Für Profi-Rennfahrer entworfen, sind sie als einzige in der Lage, ihr volles Potenzial abzurufen. Die Rennklasse umfasst Fahrzeugklassiker wie den Citroën Saxo Kit Car. Haben wir schon gesehen, haben wir schon gesehen. Die kennen wir schon. Oh, das ist interessant. Wales, Leute. Weil Wales, da gibt es ganz viele Bereiche, die wir eins zu eins auch bei Dirt Rallye haben. Weil die sich ja auch an ähnlichen Bereichen hier orientiert haben. Und da ist natürlich jetzt der Vergleich schlechthin. Da wirklich hier, GFP, das ist ja cool. Na gut, machen wir Wales, komm. Wir können... Aha, wieso? Ich habe doch aber den Saxo. Habe ich nicht den? Okay, ich habe doch eigentlich einen Saxo bekommen. Ah ja, naja. Gucken wir mal, was wir so haben. Also da wäre natürlich super interessant hier unser Toyota, ne? Der CSR3. Da gibt es dann, glaube ich, auch noch eine etwas stärkere Variante. Also das ist hier der Seriensaugmotor, glaube ich, sogar von Toyota. Übrigens, Cyan, kennt ihr ja, ne? Cyan ist ja hier die Marke von Toyota in den USA für junge, hippe Leute und so. Wo es ja auch den Cyan gibt. Für Toyota GT86. Aber Cyan wird tatsächlich als Marke aufgelöst. Tatsächlich. Also die gehen in Toyota über. Mit relativ sofortiger Wirkung. Ja, das ist ganz interessant. Cyan, also das Thema ist erledigt in Zukunft. 15 Jahre gab es diese Submarke, glaube ich. Oder 13 Jahre oder sowas. Und die haben sie jetzt wieder eingestellt. Also das geht wieder alles in Toyota über. Tatsächlich hat diese Marke Cyan auch irgendwie nur 23 Angestellte gehabt oder sowas. Das ist ganz witzig. Also es ist wirklich nur so ein Brand gewesen. Na gut. Ja, überlegen wir mal. Also da... Wieso habe ich denn hier nicht den Löb-Kit-Car, sag mal? Den haben wir doch bekommen. Ich kann einen Wagen mieten und einen Wagen kaufen, ne? Ist das der hier gewesen? Ne. Da muss ich jetzt aber wirklich nochmal kurz zurückgehen und gucken. Weil wir haben doch... Wir haben den doch. Class 2 WD Pro. Muss ich den auswählen erst? Ah, das ist natürlich das Rätsel's Lösung wahrscheinlich. Wobei es komisch ist... Hm. Dass er uns den nicht anbietet. Da ist ja eine Auswahl. Da ist ja eine Auswahl, ne? Aber wir gucken mal, ob es vielleicht daran lag, dass wir ihn nicht ausgewählt haben. Sonst hätte ich schon auch noch Lust... Ja, haben wir schon gesehen. Sonst hätte ich schon auch noch Lust, vielleicht den Toyota mitzuholen. Ja, tatsächlich. Den zählt er nicht. Den sagst du, KitKar, wo wir in der Klasse ja fahren. Aber vielleicht zählt er wirklich erst für die nächsten Events. Aber der ist ja hier voll im Saft. Also der ist ja voll in der Klasse. Ja, weißt du was? Dann kaufe ich mir jetzt mal hier aus Interesse einfach den Hecktriebler. Den Toyota GT86 von der Toyota Motorsport GmbH. Her damit. Ganzes Geld verprasst und... Ja, bin gespannt. Bin gespannt, ob er jetzt auch die Lackierung wegmacht oder ob er die behält. Ja, geil. Oh, der klingt gut. Der Boxster kommt raus ein bisschen hier. Wenn er aber auch gleich im Live-Betrieb so klingt. So, Wales. Fünf Kilometer, würde ich mal sagen. Letzte Etappe für heute. Und jetzt gehe ich auch den Schritt. Ich werde jetzt auf Schwer stellen. Gibt dann noch die Stufe realistisch. Bin ich mal gespannt. Wie wir hier klarkommen. Ich konzentriere mich auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Schäden können wir ja auch ruhig auf Schwer machen, ne? Da kriegen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Ja. Mal sehen. Wir machen auch keine neuen Rewinds. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Geldspritze. Dann werde ich mal auf drei oder zwei einfach runtergehen. Guck mal. Nehmen wir zwei. Und das sind unsere zwei Not-Rewinds. Mehr dürfen wir dann nicht benutzen. Great Ormour. Das ist der Abschnitt hier tatsächlich an der Küste. Den gibt es bei Dirt Rally so nicht. Den gab es aber auch schon bei WRC 4. Und da gibt es auch so eine schöne Küstenstraße bei WRC 5. Das ist ein Asphaltabschnitt hier offensichtlich auch. Genau. Den haben sie sich glaube ich sogar vielleicht noch rüber gerettet. Gucken wir gleich mal. Die Stage habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Jawohl. Ein echter Kölner hier. Der wurde in Köln entwickelt. Was ist der denn mit dem Kölner Kennzeichen? So. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Hecktriebler Physik. Auf ziemlich nasser Straße. Sieht schick aus hier auf jeden Fall. Rechts 5 in links 5. Rutsch schon, rutsch schon, rutsch schon. Rechts 6 plus in links 6 plus in rechts 6 minus. Links 3 minus in rechts 3 in links 4. Rechts 2 plus in links 3 lang schärfer. Schön agil auf jeden Fall. Da kommt er rum hier. Der Arsch. Sehr geil. Rechts 3 plus in links 5. Rechts 4 schärfer in links 3 100. Uhuhuhu. Rechts 4 sehr lang und rechts 5 und links 5 50. Ja, wir sind vorne. 3 Sekunden Vorsprung jetzt hier. Ja, der Sound ist scheiße. Das ist sehr gut. Das ist der nächste Ketiepunkt, den wir natürlich ganz offensichtlich alle mitbekommen haben. Rechts 4 öffnet sich 50. Links 3 und rechts 3 öffnet sich 60. Aber der Umstand, dass ich das erst im zweiten Split gemerkt habe, der spricht dann zumindest für die restlichen Qualitäten von SLRE. Aber ja, der Sound ist furchtbar. Da brauchen wir nicht größer drüber reden. Das ist wirklich so. Da müssen wir auf den Bordsteinen, da muss man aufpassen. Links 5 und rechts 5 50. Ja, so eine ähnliche Küstenstraßen-Etappe gibt es auch bei WRC 5. Rechts 4 und rechts 6 in links 4 minus in rechts 4 lang. Jetzt schaufelt er sich ein bisschen auf. Achtung. Fützchen hier links und rechts. Hört man aber nichts von, merkt man auch nichts von. Oh, es ist eine Arbeit hier am Lenkrad. Ja, dieser Bordstein, der ist richtig fiest. Bestimmt komisch aus von außen. Gleich mal das Replay abwarten, wie wir hier langbleiten. Das hat aber so gar nichts mit dem Boxermotor zu tun, was wir hier gerade auf die Ohren bekommen. Und immer noch locker Vorsprung. Ich meine, dieses Auto ist auch ehrlich gesagt mit dieser Klasse den anderen Autos extrem überlegen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Rechts 5 80. Links 5 und rechts 5 und links 6 60. Die haben da wirklich vor allem auch was falsch. Aber mal so gar keine Schnitte. Links 5 und rechts 6 plus und links 5 und rechts 5. Links 6 und rechts 6 120. Bisschen zu weit links. Noch vorne. Rechts 5 und rechts 5. in den Drift gehen könnte, den Drift einleiten könnte. Da ist einfach kein Spielraum für hier. Ja, da hatten wir so ein paar Haarnadeln, so ein paar Charakteristiken gefehlt auf der Etappe. Aber wir kriegen hier wieder ordentlich Geld rein. Also, oh Gott. Schon allein hier 24.200 Credits. Das ist schon gut. Grüne Sektoren gibt es auch noch. Und für die nicht genutzten Rewinds kriegst du auch Geld. Anscheinend pro Rewind 100. Rennoptionen. Da müssen wir mal den Blick drauf werfen. Rennoptionen. Das ist nämlich der Punkt mit der Schwierigkeit. Gut, langsam steige ich durch. 2.500 kriegen wir allein für die Rennoptionen. Gibt es jetzt nicht viel, aber immerhin. Gucken wir mal ins Replay rein. Wie unsere Fahrt hier aussah. Das Leben am Bordstein. Ziemlich dünne Reifchen. Sieht hier fast sogar ein bisschen nach Schotter-Setup aus. Zumal die Rally Wales ja auch zu größten Teilen aus Schotter besteht. Und dann bist du natürlich in dem Event auch hier dazu angehalten, dein Setup, deine Reifen zu fahren, die du auch auf den Schotter-Status fährst. Und deswegen sehen wir hier auch einen Schotter-Trim und keinen Asphalt-Trim auf dem Auto. Das ist einfach dem Gesamtevent dann wohl geschuldet. Oh, oh, oh. Und es wurde auch gefragt, ob es auch zwischendurch so Meisterschaften gibt. Soll es wohl tatsächlich geben? Ja, wurde bejaht von jemandem auch in den Kommentaren. Mal gucken, ob es stimmt. Dass man also auch mehrere Events hintereinander fährt und dort auch Punkte sammelt und so. Das soll es auch geben. Das macht ja auch Sinn. Das ist ja auch gut so. Ja, weißt du, was ich hier für ein Gefühl habe bei dem ganzen, bei Sebastian und Ben Evo? Ich habe so ein bisschen das Gefühl von Colin McRae Dirt 1. Sowohl optisch, als auch so vom ganzen Karriere-Feeling irgendwie. Ich weiß nicht. Das kommt bei mir irgendwie so rüber. Und dass es nichts Schlechtes ist. Gut. Ja, dann würde ich sagen, für heute war es das. Wie gesagt, feiert schön. Beim nächsten Mal dann wieder die Löbe-Experience. Wir gucken noch mal ganz kurz, wie viel es hier nach vorne ging. Aber das weiß ich nun auch nicht, warum wir jetzt unser, warum wir unser KitKar hier nicht benutzen dürfen. Das ist mir auch ein Rätsel. Ich meine, der ist ja, der ist in der gleichen Klasse, ja. 2WD Pro. Der ist da voll in der Klasse drin, aber wir dürfen ihn nicht benutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einzel-Rallye machen würde, könnte ich den denn da auswählen? Einzel-Etappe? Ja. Na gut. Wir müssen mal gucken, woran es hier liegt. Vielleicht in einer der nächsten. Hier, das ist nämlich der Asphalt-Trim von dem Auto. Wir müssen mal gucken, woran es hier liegt. Ich sage dann einfach mal, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn mich nach oben schaut, gerne auch bei mir vorbei. Bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. Alles eingeblendet, alles verlinkt. Und in der Videobeschreibung direkt. Und bis zum nächsten Mal, bis morgen. Dann geht es weiter mit SebastianLibber.de, mit der Lübe-Experience. Und dann kommt auch, mal gucken, Nesca DTM eins von beidem. Muss ich dann mal schauen, was da noch so auf dem Plan steht. Bis denn, bis morgen. Tschüss.